so guten tacho leute ich hoffe euch geht es gut mir geht es so semi gut ihr habt ja mitbekommen ich hatte ja einen autounfall mit meinem schwager zusammen ich war beifahrer erst gefahren und da gehe ich gleich mal ein bisschen näher darauf ein weil ich muss nämlich jetzt in die richtung ich wusste mich jetzt zur physiotherapie ich bin jetzt locker ich glaube fünf wochen mindestens wenn ich sogar ein bisschen länger schon kein motorrad mehr gefahren und er muss jetzt mal ein bisschen aufpassen ich bin sowieso ist jetzt nur eine city fahrt also ich hätte so mit dem roller fahren können ich wollte aber gucken wie das jetzt ist mit dem knie gerade mit diesem winkel hier ob ich fahren kann oder nicht lange laufen das ist schmerzhaft und stehen ja gut ich muss dann irgendwie im entlasten ich habe auch so eine eher nicht so eine schiene so eine bandage aber mit so verstärkungen in den seiten drin da sind solche blecharme oder sowas drin und soll das knie stützen ich habe nämlich seit dem unfall und knorpelschaden ich glaube zweiten grad ist oder irgendwie was und ich weiß nicht hattet ihr beim motorrad schon mal ein lagerschaden im lenkkopflager da hast du manchmal wenn da ein lagerschaden ist zum punkt wo der rastet genau den habe ich jetzt im knie und genau da tut es dann weh wenn der immer darüber geht und ja ich werde dann jetzt ja muss zu physio und gucken wie sich das weiterentwickelt und alles drum und dran und zum unfall selber erzähle ich gleich mehr weil ich war jetzt erst so physio und danach war ich zur unfallstelle weil das in mich ja da überhaupt nicht weit weg ist und dann erzähle ich mal wieder passiert ist wenn dann auch mal die schrotten autos ein war natürlich auch sehr ärgerlich für mein schwager die haben relativ frisches auto gehabt so ein mazda 6 irgendwie ich glaube wenn überhaupt war der drei jahre jung hatte auch noch nichts auf uhr und da ist natürlich die warterei zwecks auszahlung von versicherungen und so weiter und weil ich euch jetzt schon mal sagen kann dass wir beziehungsweise mein schwager nicht schuld war da war eine ampel wir hatten grün sind nun mal drüber gefahren mit 50 wir brauchten nicht abbremsen war ja grün und ja vor links ist uns volle möhre einer reingebrett hat und erzähle ich euch gleich genau wieder passiert ist auf jeden fall jetzt erzählt der gegner fahrer seiner versicherung die ja eigentlich meinem schwager bezahlen soll dass er dass er nicht schuld war dass er grün hatte der hat aber erstens habe ich gesehen dass wir grün hatten und ja mein schwager auch er so gefahren aber ich gucke immer drauf irgendwie ich bin sehr schlechter beifahrer ich gucke immer genau was wie wo kommt ich bremse auch immer mit und jetzt seit dem unfall ist das noch viel schlimmer geworden die ersten fahrten mit meiner und meiner frau die waren katastrophe für mich ich habe ich war schweißgebadet hatte nur noch schiss bin ich ganz ehrlich da war irgendwie im kopf so ein kleiner knacks jetzt achte ich dann noch mehr drauf wenn man das selber nicht unter kontrolle hat irgendwie weiß ich nicht finde ich ganz schwer seit seitdem auf jeden fall ist das noch verstärkt und ich hatte es aber auch vorher schon bei den ein oder anderen fahrer sage ich mal der ein bisschen naja sportlicher gefahren ist oder so da bin ich ein sehr schlechter beifahrer denke ich mir junge muss jetzt so nahe auffahren oder musst du jetzt so oder musst du das machen also ich bin ja im autobereich schon immer so ein defensiver fahrer geworden schon in den letzten jahren klar wenn man jung ist dann sieht man die sache wahrscheinlich noch ein bisschen anders aber ich muss sagen knie so das schon sehr sportlicher winkel auf der z ist nicht ist nicht förderlich muss ich ehrlich sagen und ich habe jetzt noch gott sei dank ein paar tage zum aus kurieren und dann probiere ich es auch wieder mit arbeit und so ich muss ja auch wieder vorankommen und jetzt muss ja weitergehen ok wieder alles gelaufen ist und so weiter erzähle ich dann gleich an der unfallstelle ich mache jetzt erstmal meinen physio zeugs da und dann sehen wir uns gleich an ort und stelle wieder das meinen termin hier gehabt da ist jetzt ein bisschen komisch mit dem knie gott verdankt täte ich eigentlich überwiegend die vorderbremse schon gucken da komme ich runter ich weiß jetzt am besten fahr ich die strecke so wie wir die damals auch gefahren sind das nehme ich hier in bahl das muss ich mal überlegen wir sind nämlich von anders gekommen ja klar ich muss mal eben ein bisschen stückchen weiter fahren ich hatte gerade ein denkfehler und zwar fahre ich eben einmal dahin wo ich hin muss so hier fangen wir jetzt genau die strecke die war dann an dem unfalltag gefahren sind leute aha wenn euch der direkt auffällt das ist ein anderer tag ich hatte einfach so viele knieschmerzen ich bin dann einfach nach hause gefahren und beende das video jetzt an einem anderen tag wie gesagt auch wenn ich hier drauf nur sitze und auch wenn ich nur so human fahr und so jetzt mit diesem angewinkelten beinen jetzt gerade geht somit mit lange laufen und stehen habe ich noch probleme aber da vor ein paar tagen motorrad das war eine scheiße war keine gute idee ich muss ja auch bremsen können auch in dem rechten bein wenn irgendwas ist und ich bin genau an diesem punkt wo dieses raster ist wo ich erklärt habe wo halt dieser knorpelschaden ist das muss ich glaube ich erst irgendwie weiß ich glaube das wird sich mit der zeit ein bisschen abnutzen so dass das mover ist und dann geht das wohl auch weg zumindest das schmerzhafte geht dann glaube ich mehr weg wird sich zeigen wir fahren wir jetzt von hier aus auf die kreuzung zu da vorne ist die kreuzung von hier kamen wir wollten auch geradeaus weiterfahren jetzt haben wir natürlich rot wir waren genau auf dieser spur wo ich jetzt hier fahr und sind hier mit 50 darauf zu und auch drüber gefahren weil wir hatten wir hatten grün und ja jetzt muss ich erwarten ich stelle mich da eben drüben hin genau hier sind wir drüber gefahren und wir sind bis genau hier sind wir gekommen ich stelle mir eben moped hier so hin scheiße ich richtig habe motor nicht ordentlich hoch schocken mit dem knie ja wir kamen von da wo ich gerade sagte quasi von dieser spur wollten hier rüber fahren und da sind drei abbiege spuren einmal wenn man jetzt von da kommt die rechts abbiege spur die hat eine eigene ampel geradeaus und links abbiegen haben die haupt ampeln oder hauptzeichen ich weiß nicht genau wie man das nennt die abbiege spur hatte grün das einfach grüner fall ihr kennt das ja wie das so manchmal ist bei diesem abbiege spuren und da war auch eine frau mit dem auto ich weiß nicht ob das ein twingo oder fiesta war konnte ich jetzt habe ich jetzt nicht mehr genau drin die hatte grün das hat natürlich abgebogen und dann kamen audi fahrer der ist genau dann einfach mit 50 60 ich würde sagen der war sogar ein bisschen schneller über die kreuzung gefahren wir waren genau mit der verkreuzung und dann hat ping gemacht ich blende mal ein bild ein das habe ich genau ich meine hier muss ich gestanden haben von hier aus habe ich das fotografiert ungefähr so dann stehen die autos jetzt gerade genau hier und ja wir sind natürlich ausgestiegen und blablabli blub und den erst mal gefragt da eine klatsche hat und so was der scheiß denn jetzt soll weil wir hatten grün wir beide geguckt und ich bin sowieso ja ein schlechter beifahrer ich gucke immer ziemlich genau wenn jemand anders fährt fehler können immer passieren gar keine frage dem vorwurf den ich ihm mache ist ich konnte nämlich sehen im letzten moment bevor der los reingeknallt ist hat er nicht auf die straße geguckt habe sondern am beifahrersitz irgendwas gemacht hat das heißt der ist blind in uns reingeflogen im wahrsten sinne des wortes ich setze mich mal hierhin ist ein bisschen besser fürs knie dann nachher kam dann die polizei also die richtige polizei es war dann noch einer hier der war zu viel zufällig da da wo jetzt das zweite auto stand er hatte auch ein weißes auto und weißen bmw ich glaube der war mit seiner frau unterwegs aber der war halt nicht im dienst hat aber dann die unfallstelle gesichert gefragt ob wenigstens alle personen soweit in ordnung sind und ansprechbar sind niemand irgendwelche körperteile hier rumlegen oder so naja gott sei dank nicht der fall bei dem audi fahrer der hat noch einen kleinen jungen im auto und ein hund der hund der ist aus dem auto gesprungen der junge hinterher sind genauso autos gefahren wie jetzt auch die sind alle um uns herum gefahren auch über die teile da hat keiner rücksicht genommen also das war schon echt heftig und ja kind und hund quer hier über die straße gerannt und dann hinten richtung diesen waldgebiet und so und der junge fahrer der war ja der war deutlich jünger als wir das hat ihn gar nicht interessiert der neue mein auto blablabla hat geguckt und so und wir waren nicht schuld und was weiß ich nicht alles dann sage ich ja doch wir hatten grün du bist über rot gefahren und dann hat er gesagt ja ich habe nur rechts auf die ampel geguckt mehr grün ist ja du weißt schon da zwei abbiege spuren zwei abbiege ampeln sind dann hat er nach der polizei bestätigt und also polizei hat dann die aussage auch aufgenommen von uns allen und wir waren auch dabei wieder das dann auch gesagt hat und zugegeben hat alles gut jetzt im nachhinein jetzt ist ja vier wochen später oder was auf jeden fall einige wochen später also wir haben uns direkt mit seiner versicherung verbindung gesetzt ein tag später wir waren dann noch bei der polizei hier in duisburg ich weiß nicht genau wie man das nennt aber auf jeden fall duisburger polizei hamburg und haben dann diesen unfallbericht abgeholt oder dieses protokoll was man dann da bekommt und er stand dann auch direkt drin als unfallverursacher also das heißt die polizei das anscheinend auch richtig aufgenommen und da kann man ja natürlich sich dann auch an der gegnerversicherung wenn das haben wir noch gemacht wir haben alles abgegeben ich wurde ja direkt ins krankenhaus gebracht weil ich ja kaum laufen konnte und weil ich so mega bauchbeschwerden hatte von dem gut ich bin ja nicht der leichteste und wenn dann noch so stück braucht dazwischen ist und der gut von hier drauf drücken alles nach innen drückt hat tut weh kann ich euch sagen bei wochen tat das jetzt weh ich merke es immer noch ein bisschen aber ich kann mich jetzt wieder ganz normal bewegen also obenrum zumindest nur noch mit dem knie habe ich ein bisschen probleme aber trotzdem da sind dann ich wurde dann mit dem krankenwagen ins krankenhaus gebracht weil hätten ja auch innere verletzungen sein können und geröntgt wurde ich und ja dann musste ich da später noch zum mrt ein paar tage später und all solche geschichten und das muss ich müssen wir ja alles dann einreichen an die gegnerversicherung und jetzt jetzt kommt der clue da hat der idiot seiner versicherung erzählt ich bin nicht schuld gewesen die sind über rot gefahren ja was soll das denn der polizei erzählt er erst die wahrheit in seiner versicherung will er sich dann aus ich weiß nicht aus der affäre ziehen oder so keine ahnung auf jeden fall da zieht sich jetzt alles hin ich werde auch klagen auf schmerzensgeld weil mein knorpelschaden der bleibt jetzt für immer im knie das gibt eine anzeige das wird besser werden ganz klar aber das ist ein schaden der bleibt für immer und das verschleißt jetzt natürlich dadurch stärker da kann ich aber erst anfangen zu klagen wenn die sache mit dem unfall erledigt ist sonst darf ich nämlich nicht mehr als zeuge aussagen also ich war schon beim anwalt das ist alles schon soweit geklärt und so wie wir vorgehen gleich eins aufs maul mein fehler können überall passieren hätte der geguckt oh scheiße ich habe einen fehler gemacht und wäre dann auch bei seiner aussage geblieben weil ich muss auch mal der ist über ist ist der über rot gefahren der ist über rot gefahren digga was macht er denn der hat zwar da grün aber hier rot was z für ein bauer ja und dann wundern sich solche fahrradfahrer die platt gefahren werden schreien ihm immer böse autofahrer und für solche affen werden extra fahrradspuren gemacht darf echt nicht wahr sein wie ich sagte wenn der bei seiner version dann auch geblieben wäre und alles also bei der wahrheit ist ja keine version das ist die wahrheit und da hätte man eher sagen können ok da hat einen fehler gemacht und wir sind jetzt auch nicht ernsthaft verletzt klettert mit dem knie das wird mich jetzt ein paar wochen begleiten schmerzhaft und vielleicht kommt es ja später ja das weiß man jetzt alles nicht aber ich bin sonst gesund ich habe mir fehlen keine arme beine ich bin noch am leben und mein schwanger gott sei dank genauso der hat auch jetzt keine bleibende schäden davon getragen und gut mal knie kann man sagen ist ein bleibender schaden weil das bleibt ja das kannst du nicht mehr rückgängig machen aber auch bei ihm jetzt bei dem gegner fahrer der hat auch nichts abgekriegt und das kind gott sei dank auch nicht und der hund also da muss man schon sagen sind wir da gut rausgekommen jetzt geht sich als nur noch um geld ich denke mal er will auch nichts bezahlen oder keine strafen kriegen oder sonst wie was dann geht er natürlich jetzt die muffensausen was ist jetzt schon wieder passiert ist echt eine gefährliche kreuzung und als ich aus dem krankenhaus wieder kam man musste meine frau mich abholen die bringt ein ja nicht zurück da die leute ist da vorne direkt wieder ein unfall passiert aber das war der unfall vorhergang und ich lebe noch ich kann weiterhin videos für euch machen auch wenn man im recht ist und grün hat und so weiter guckt trotzdem zusätzlich ich meine wir haben jetzt so gesehen keine fehler gemacht wir sind ja ganz wir sind ja erlaubt gefahren und wenn du damit 50 drüber fährst du hast auch keine chance zu sehen ob von da jetzt einer kommt oder nicht mal wenn da rot ist dann haben die ja stehen zu bleiben und der wird ja genau der wird ja auch seinen führerschein verlieren deswegen weil der ist über rot gefahren und um so ein auto so ein fahrzeug ist ja auch eine waffe wenn man das sage ich jetzt mal nicht verkehrs dingens bewegt und so weiter ist ja masse die auf einen prallt und so ja leute soweit geht es mir gut laufen ist schwer und stehen auf dem bein ist schwer und ich hoffe es wird bald besser ich fahre jetzt mal weiter ich habe noch einen anderen termin und wir sehen uns dann haut rein leute